Ich habe mir das schon etwas anders vorgestellt. Es ist Anfang April, Frühling, ein wieser Pfeife. Übelst kalt. Hoi zusammen, das ist der Basch-Kräft-Mecke. Ich war eine Woche in Selbst-Quarantäne und bin jetzt wieder voll parat. Es ist natürlich nicht so, dass ich faul zu Hause rumliege. Ich habe einen systemrelevanten Job. Ich bin ja letzte Woche arbeiten, aber jetzt habe ich Ferien. Ich bin jetzt voll wieder der Einzige, der durch den jungfräulich Schnee läuft. Ich habe ja schon immer meine Witze über Prepper gemacht. Ich war in diesen Häusern wirklich nie parat. Ich habe keinen Vorrat, nichts. Jetzt muss ich den ganzen Scheiss mitschleppen. Also nicht übertrieben, aber irgendwie habt ihr ja recht gehabt. Also nicht für einen Monat. Ich habe jetzt für drei Tage, vier Tage, fünf Tage. So, jetzt kommen wir da vorne ans Ziel. Das Hexenhäuschen. Es ist schon fast nur noch ein Holzpeig. Voll parat. Ich muss zugeben, ich bin letzte Woche, nachdem ich mich aus der Quarantäne entlassen habe, hier oben Holz sagen. Ich habe einfach nicht mehr ausgehalten. Ich habe aber keinen Film gemacht, weil es ist ja nicht so wichtig gewesen. So, ich habe da gesehen, da hat einer den Zettel verschwinden lassen. Mit dem Hinweis, das Holz selber aufzufüllen. Er will wahrscheinlich damit sein Gewissen reinwaschen. Aber der Spruch gilt immer noch. Geniesse die Gastfreundschaft dieser Hütte und vergiss nicht, ihr beim nächsten Besuch das zurückzugeben, was du heute verbraucht hast. Ja, ist schon ein bisschen. Weisst du, du sitzt da mit einem Gernt oben und du liest das und dann sagst du, was ist mit dem Holz? Du stehst voll scheisse da. Das wollte ich schon lange mal machen. Das war so ein Holzdach, das langsam verrotten ist. Jetzt habe ich das neu gedeckt. Ich verfrühe. Ja, liebe Leute. Eigentlich wollte ich heute etwas im Wald arbeiten, aber es hat so viel Schnee und es ist wirklich scheisskalt. Die Wiese geht. Also, all zu viel mache ich dann nicht. Schau, da war einer da und hat seinen Abfall da oben entsorgt. Ein sehr sozialer Junge. So, die meisten, die an meine Filme schauen, sind ja gerne in der Natur und haben der Natur auch Sorge. Jetzt sagen wir mal, wie kommt man dazu, da rein das Plakat abzunehmen. Soll das Holz wieder nachfüllen, wenn man es braucht und da vor der Hütte das ins Leergut zu entsorgen. Was läuft falsch mit solchen Leuten? Der letzte Wintersturm hat nicht nur grosse Schäden gebracht, sondern auch erstklassiges Brennholz. Jetzt hat es Schnee, jetzt lässt sich das Zeug gut führerschleifen. Hier habe ich am letzten Wochenend Bärlauch genommen. Jetzt ist es in einer schönen Winterlandschaft. Hier hat es noch Bärlauch unter dem Schnee. Hier sind wir beim vorderen Hütchen. Ich habe das letzte Samstag abgedichtet, aber der Sturm vom Sonntag hat es nicht überlebt. Jetzt haben wir hier einen, der ohne Unterschriften ins Hüttenbuch geschrieben hat, dem Förster. Der Sturmschatten sei das Resultat vom defizitären Holzschlag. Das ist der gleiche, der vorhin wegen dem Aus geschrieben hat. Also ich würde sagen, bleib daheim, bleib einfach daheim. So ein Stadtmensch oder so, lass den Wald in Ruhe. Also wirklich weltfremd. Wunderschön, Frühling. So, es ist fertig geschafft. Ich habe dort oben von oben etwas gesehen, welches Hose sein könnte. Gehen wir das mal anschauen, das wollte ich schon lange. Jetzt bin ich in diesem Hügel und finde da so einen geilen Aluminium-Kochtopf. Gehen wir dann mal das Loch ab. Und dann... Schauen wir, ob wir ihn nachher mitnehmen können. Nein! Jetzt sind wir hier oben. Nach hartem Kampf. Das sollte die Hülle sein. Also es hat wie ein Hügel ausgesehen. Gehen wir mal schauen. Wo weitem hat das wie ein Hügel ausgesehen. Aber es ist nicht einmal andeutungsweise Hügel. Ein Blindgänger. Aber es hat sich noch gelohnt. Haben wir noch etwas gemacht heute? So, ich habe jetzt hier den Topf, wo ich gefunden habe. Das ist ein guter Abwaschtopf. Oder vielleicht im Sommer dann mal ein Gulasch. Aber im Sommer bin ich nicht viel oben. Vielleicht den Sommer schon. So, jetzt sind wir hier im Hügel. Wir haben das Feldbett aufgestellt. Ich habe einen neuen Schlafsack. Ein Marmot. Imprägnierte Daunen. Komfort minus 2 Grad. Also ich wanne eigentlich von draußen. Für heute habe ich sonst meinen normalen Daunen Schlafsack. Jetzt probiere ich ihn einmal aus. Ja, und jetzt habe ich den Tisch ein wenig verstellt. Jetzt ist mal das erste Mal nicht dunkel. Die Laterne brennt nicht. Und das erste Mal Schnee dieses Jahr im Hügel. Jetzt gerade, wo ich keinen Schnee bete. Ja, wir werden es gemütlich und warm haben. Also es wird warm. Minus 3 Grad wird es in der Nacht. Also warm ist anders. Guten Morgen miteinander. Ich habe jetzt glaube ich etwa 10 Stunden geschlafen. Es ist immer noch eiskalt. Aber wunderschönes Wetter. Das Morgenessen steht auf dem Tisch. Guten miteinander. Das ist übrigens meine selber gemachte Brombeerkompi vom August. Sie hat gehalten und ist gut. Also habe ich gut gearbeitet. Bei der Wasserfassung ist alles vereist. Es war jetzt wirklich die kältische Nacht, die ich hier oben dieses Jahr verbracht habe. Und es ist Frühling. Also, ich wollte eigentlich eine schöne Frühlingstour machen. Es ist zwar schön, aber irgendwie ist es jetzt zu spät. Es ist wirklich zu spät. Schaut einmal die herrliche Frühlingsstimmung an. Vögelchen pfeifen. Es ist gut. Das Fach ist zugefroren. Wunderschön. Also, ich habe zu Hause noch gedacht, ob ich meine Ushanka anlegen soll. Ich habe sie dann gelassen und mich für das leichte Bär entschieden. Aber es war ein Fehler. Es ist überskal. Es ist sicher minus 5 Grad. Ich habe hier wieder einmal ein neues Rucksack gefunden. Es ist ein schwedischer Armee Rucksack. Es ist eigentlich ein Bärgans aus den 50er Jahre. Er ist allerdings ein wenig schwerer gebaut. Und das ist jetzt nicht von der Firma Bärgans. Man merkt den Qualitätsunterschied. Also Bärgans sind qualitativ einfach besser verarbeitet. Also stabil ist er schon. So. Ist aber noch cool. Jetzt haben wir da ganz interessante Spuren im Schnee. Entweder ist es ein Vogel oder es könnte auch ein kleiner Saurier sein. Ich habe jetzt auch weitere Spuren im Schnee gefunden. Ihr denkt jetzt sicher einen Wolf oder einen Luchs. Aber es ist etwas anderes. So, der Morgen Sonne taucht es auf. Das nächste Hütchen. Eigentlich wollte ich hier die zweite Nacht verbringen. Aber die Hütte ist massiv grösser. Und bei diesen Temperaturen nur mit grösser Energie aufzuheizen. Ich bringe jetzt noch ein wenig Holz. Das hätte Dani Freude. Hier ist noch ein kleiner Kontrollblick. Jetzt ist noch alles in Ordnung. Holz hat es auch noch ein bisschen. Danni hat gemeint, nicht zu viel zu sagen. Sonst meint er nicht alles in Selbstverdienung. Hat er irgendwie erreicht. Ich sage jetzt doch noch ein paar Rügelchen. Für das, was ich das letzte Mal verbraucht habe. Ich bin das letzte Mal am Weihnachten mit Frau Punzl da oben gewesen. 12.01. Auf den Spuren von Baschkraft-Mecke. Meno und Simon. Also sie haben eine Buschbox gebraucht. Ja, gut. So Dani. Ich habe dir jetzt zwei Stände zurückgenommen. Also wenn du noch eine Saage hättest, würdest du sie noch sagen. Aber mit dem Fuchsschwanz. Keine Chance. Schau mal. Sogar noch gespalten. So liebe Leute. Genug für heute. Auftrag an der nächsten. Zusammen sagen. Innen ist alles voller Gamsi. Das ist eine der wildesten und abgelegensten Gegenden vom Kanton St. Gallen. Leuchser da hinten. Wunderschöne. Der Weg ist da total verpuscht. Und dank, dass jetzt das Winter ist, sieht man ihn gut. Im Sommer ist da ziemlich verdornt. Vorne ist er dann zerfallen. Das ist eine wunderschöne Wegstrecke von dem zerfallenen Weg. Früher, als der Berg noch bewirtschaftet wurde, ist er angelegt worden. Für Kuhle und Geisse. Wunderbar. Schau mal. Schau mal. Das ist ganz faszinierend. Er hat sich da den Baum umgerührt. Er hat gerade aufs Dach gegeben. Da vorne kommt jetzt in meinen Augen optisch einer von der schönsten Gubel. Super, oder? Schaut mal da so. Schaut mal da hinten. Buschkrafters Paradies. Mit eigenem Frostdeich. Könnt ihr sogar noch baden. Also jetzt gerade nicht. Schaut mal da so. Schaut mal da so. Schaut mal. Schaut mal den blauen Himmel. Super. Wir suchen jetzt unseren Weg hier weiter. Die Weganlage ist zerfallen. Es ist dann relativ heiss, da kann ich dann nicht mehr werden. So gehen wir dann an die Stelle, die ziemlich zerfallen ist. Ich bin zwar im vorletzten Herbst da drüber gekommen. Also wenn der Film auf YouTube kommt, dann habe ich es geschafft. Meine Zwischenbilanz. Ich stehe schon in der Hälfte. Auf der anderen Seite haben sie es geschafft. Wir sehen dort schön die Weganlage, die hineinführt. Da hinten ist sie leider extrem zerfallen. So, wir schauen hier von oben her in die verblockte Schlucht. Vor etwa vier Jahren bin ich einmal durch die Schlucht durch. Und vor zwei Jahren bin ich den Weg gegangen. Weiter bin ich dann allerdings nicht mehr gekommen. Meine Meinung ist, dass ich in dieser Schlucht da hinten feststecken würde. Darum bin ich jetzt in nicht ganz einfacher Wurzelklederei. In diesem Hang hinein. So, da hinten bin ich im Herbst vor zwei Jahren schon mal gewesen. Ich bin immer noch einen Stock zu tief gesehen. Jetzt bin ich hier in dem Stück, wo ich noch nie gewesen bin. Wunderschön da hinten. Ich habe gemeint, ich wisse jetzt, wo ich sehe. Aber ich bin nicht da. Gehen wir mal schauen. Das ist jetzt wirklich eine absolut faszinierende Märlin-Landschaft. Ich weiss jetzt nicht, ob der Schnee vor- oder nachteilig ist. Hier hinten ist eine mächtige Wand. Und dort sollte ich weiter die Schlucht durch. Könnt ihr euch einmal das einwirken lassen. Das könnte ein Höll sein. Gehe ich gleich mal schauen. Schauen wir mal. Ja, es könnte nicht nur ein Höll sein. Es ist ein Höll. Und zwar die berühmte Christelis Höhle. Vor zwei Jahren von der Ostschweizer Gesellschaft für Höhleforschung und dem Foxi wiederentdeckt. Juhu! Christian! Höhle hat die eigene Quelle. Christian ist ein französischer Offizier gewesen, der von den Bewohnern hier oben versteckt worden ist. Dann ist er denunziert worden bei den Feldjägern. Dann haben sie ihn in eine andere Höhle gebracht. Die Generation, die noch einmal den Krieg miterlebt hat, hat immer gesagt, der grösste Lumpen im ganzen Land ist der Denunziant. Es ist unschweizerisch. Die Schweizer sind freiheitsliebend, oberenkeitsskeptisch und unbequem. Wenigstens die letzte Generation. Vielleicht ist es heute nicht mehr so. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. So, ich habe jetzt hier noch Christelis Gamsi gefunden. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Ich habe recht, der Schweizer ist ein Servalat. Ich bin noch in den Diener gegangen. Es hat keine rechte Servalat gewesen. Es ist ein Geflügelservalat. Ja, wenn ich dann sicher halal. So, ich gehe jetzt hier Wasser fassen. Oh, Christelis Quelle. La source de Christian. Auch dieses Wasser könnte ich wieder verkaufen als heiliges Wasser. Der heilige Christian. Wasser des heiligen Christian. Also, wenn so ein Güterchen möchte, das kann ich etwas billiger verkaufen, weil das kommt besser hin. Ja, machen wir 50 Franken. Ich habe letzte Woche wieder einen YouTube-Film geschaut. Von dem einzigartigen, unerreichten Benjamin Glausner. Er ist leider von der Bildschfläche verschwunden. Aber zu seinen Ehren, bin ich jetzt extra eine Fichtennadel-Zwiegchen holen. Und jetzt machen wir uns einen Fichtennadel-Tee. Komm raus, mit dem sage ich, das sauf ich sicher nicht. Gehen wir die Pfeffermünze rein. So, nochmal einen Blick zurück in die mächtige Höhe. So, tschüss Christian. Ich habe jetzt vor, hier das Doppel darauf zu gehen. Da bin ich noch nie darauf. Jetzt sind wir hier schon im ersten Stock. Jetzt haben wir hier eine ganz interessante Überwurfshöhle mit Eiszäpfen drin. Schön. Ein Stück oben kommen wir da etwas draufstehen. Die Schlucht ist noch lang. Da hatte ich schon etwas Angst, ich bleibe hier in dieser Eisschlucht stecken. Aber ich glaube, wir sind jetzt noch mal. Gamsi a Gamsi. Es sind sicher 20, 25 Stück. Wahnsinn, ey. Wahnsinn, ey. Lassen wir uns schon rein. Einen Augenblick. Mein frühlingshafter St. Gallenland. Hier unten waren wir. Ja, es war ein ziemlich strenger Tag. Es ist jetzt Nachmittag um drei. Ich liege jetzt danach etwas an der Sonne und leise das Buch, das ich vor zwei Jahren mal angefangen habe. Mal schauen, ob ich irgendwann fertig werde. Also in drei, vier Jahre habe ich es sicher. Dann sind wir wieder vorne anfangen. Morgen miteinander. Es war wieder einmal eine kalte Nacht. Ich habe hier das letzte Mal noch eine Latrine gegraben. Ich weiss nicht, ob ihr das wirklich sehen wollt. Das hat mich letztens einer von guter Idee gebracht. Man könnte eigentlich einmal einen Film machen, wie man den Arsch ohne WC-Papier abwischt. Aber das ist momentan nicht nötig, weil die meisten von euch haben da so riesige Vorräte. So, auf geht's! Es ist immer noch eisig kalt. Ich bin da schon wieder auf dem Retourweg. Ich habe drei Tage keinen Menschen mehr gesehen. Ich weiss nicht, wie es bei euch unten aussieht. Zombies. Vielleicht Panzer auf der Strasse. Es könnte auch sein, dass ich solche Filme gar nicht mehr auf YouTube laden darf, weil es ein Gefühl von Freiheit und Abenteuer weckt. Lust zum rausgehen. Schauen wir mal. Aber ich verabschiede mich jetzt noch nicht. Ich habe noch einen für euch. Hier unten ist schon weniger Winter. Ich habe mich da gleich in einem Kühlschrank festgesetzt. Es ist extrem ruhig. Vielleicht werde ich gerade verhaftet, wenn ich runterkomme. Mal schauen. So, liebe Leute. Wir sind schon wieder am Schluss angekommen. Ich habe euch gesagt, es könnte etwas. Das ist diese wunderschöne Gubel. Aber ich mache über das einen separaten Film. Es war eine super Tour. Drei Tage ohne nichts. Mal schauen, was mich jetzt wieder erwartet. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen! So, wenn wir jetzt mal hier oben stehen, machen wir ein paar Bilder, die die schöne, wirklich wilde Gubel in der Übersicht zeigen. Es hat einen riesigen Wasserfall. Es ist der ganze Hügel voller Höhlungen. Wobei, als Höhle könnte man das nicht bezeichnen. Was interessant ist, ist dort oben. Aber dort habe auch ich keine Chance zu suchen. Es werden Abseilen von oben.